Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es darum, dass ich mit dir gemeinsam das jetzt eingeblendete Foto machen möchte. Dazu habe ich bei uns oben im Esszimmer ein kleines bisschen was aufgebaut. Da gehen wir jetzt gemeinsam hin und dann gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Und ich werde dir dann den gesamten Workflow zeigen, sodass auch du zu Hause Dinge schweben lassen kannst. Und wenn du Spaß daran hast, dann würde ich jetzt auf alle Fälle dranbleiben. Was du hier als allererstes siehst, ist natürlich, dass ich bei uns am Esstisch doch ein bisschen Aufwand betrieben habe. Das heißt, ich habe zwei Lampenstative hingestellt, habe diese Lampenstative am Esstisch fixiert und dann zwischen diesen Lampenstativen in einem relativ engen Abstand, der auch nicht ganz gleichmäßig ist, Blumendraht gespannt. Dieser grüne Blumendraht, der muss nachher natürlich noch irgendwie weg. Das gucken wir uns später dann am Rechner an. Es geht erstmal darum, dass wir, wie gesagt, diese beiden Lampenstative haben. Diese beiden Lampenstative habe ich auch noch fixiert am Tisch mit Ductape, sodass die sich nicht verschieben können, sodass das hier einigermaßen gespannt bleibt. Und jetzt gehen wir erstmal in die Küche und ich werde erstmal alles, was wir für den Burger brauchen, zubereiten. Das heißt, Zwiebeln schneiden, Gurke schneiden, das Patty beraten, das Brot rösten und dann sehen wir uns gleich hier wieder. So, da bin ich mit meinen Zutaten. Jetzt gucken wir uns das mal als erstes an, ob wir das hier sauber drauf platziert bekommen, denn das wäre nicht ganz unrelevant für alles das, was als nächstes passiert. Ich würde sagen, das Patty, das liegt schon mal ganz gut, erstaunlicherweise. Dann wollen wir mal noch ein Stückchen Salat vielleicht mit hinlegen. So, genau so ein bisschen Salat. Das muss hier ein bisschen sauber drauf liegen, sodass wir da hinterher mit dem Blumendraht noch ein bisschen arbeiten können. Dann gibt es hier natürlich ein Stückchen Käse. Es wird ein Cheeseburger. Den lassen wir da ruhig so rüberhängen. Das werden wir gleich gemeinsam angucken, warum das Rüberhängen von dem Käse vielleicht ganz witzig aussehen wird. Und jetzt, oh, so hast du ja gesehen, wir haben den Patty verloren. Den lege ich jetzt wieder drauf. So, gucken, genau so in dieser Richtung wäre es ganz schick, wenn er so halten würde. Okay, wollen wir mal schauen, was da los ist. So sieht das doch ganz gut aus. So, jetzt hier oben, ein bisschen weiter oben, hier oben, legen wir ein bisschen Zwiebel hin. So, so ein kleines bisschen Zwiebel und vielleicht auch so ein bisschen Tomate. So, okay. Vielleicht mal zwei Gurkenscheiben. Die mag ich auf so einem Burger eigentlich auch ganz gern. So, wobei, man kann vielleicht auch noch... Ah doch. So, denke ich, könnte das ganz gut kommen. So, jetzt hole ich das Brötchen und wir werden das Brötchen oben drüber noch platzieren. So, Brötchen, das Topping also hier oben. Mal gucken. So, sieht es eigentlich schon mal ganz gut aus. Okay, doch noch nicht so ganz gut. Das Problem ist, dass der Blumendraht nicht auf beiden Seiten gleich stark gespannt ist. Das sorgt dafür, dass wir ab und an mal so ein bisschen Blumendraht haben, der dann bei Seite ein bisschen möchte. So, noch ein bisschen hier rüber. Jetzt nehme ich hier mal den Teller weg und bereite mal den Rest vor. Zum Beispiel gibt es natürlich noch ein bisschen Ketchup. Damit du so einen Eindruck davon bekommst, wie das Ganze so abgelaufen ist, zeige ich dir jetzt nochmal einen Zeitraffer von ungefähr einer Minute. Da siehst du mal die gesamte Aufnahmesituation und alles, was so passiert ist, nämlich runtergefallen, wieder raufgelegt und wie das Ganze so ausgesehen hat bis zum finalen Foto. Guck dir das nochmal ganz kurz an. Du wirst bestimmt eine Menge Spaß daran haben. Das war's. Bis zum nächsten Mal. So, wie du siehst, ist jetzt alles platziert. Es hält auch einigermaßen. Es ist nicht so ganz trivial, muss man ganz klar sagen. Je stärker der Blumendraht gespannt ist, desto besser wird das werden. Jetzt möchte ich noch so ein bisschen Ambiente schaffen. Also wir schalten hier noch so ein paar Gläschen mit her, die so ein bisschen Kücheneindruck machen. Da suche ich gleich noch ein bisschen was zusammen, was hier so ein bisschen stehen kann, auch gerne in der Unschärfe. Jetzt wollen wir so ein bisschen Ambiente schaffen. Ich habe hier also so ein paar Gläser noch hingestellt. Wollen wir gleich gucken. Jetzt gleich werde ich das finale Foto machen. Das heißt, ich werde ein Bild von dem Ganzen anfertigen und dann werde ich zwei weitere Fotos machen. Ein Foto, wo der ganze Blumendrahtkram und das ganze Zeug weg ist, damit ich es hinterher in Photoshop einfacher habe, das Ganze zu retuschieren. Und ein weiteres Foto, wo ich quasi auch die Lampenstative und alles weg habe und auch die Burger und alles vielleicht maximal hier diesen Teller in der Hand halte. Einfach, um für meinen Körper nochmal ein bisschen im Prinzip ein Backup-Foto zu haben für das Durchretuschieren. Und ganz zum Schluss mache ich dann noch ein Foto ohne alles, also auch ohne mich im Bild. Dann müsste ich mit diesen vier Ebenen eigentlich wunderbar hinkommen, um in Photoshop nachher den Blumendraht zu entfernen. So, ich würde sagen, das darf natürlich nicht hier direkt hinter dem Lampenstativ stehen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. So, ich würde sagen, jetzt kann das finale Foto losgehen. Wichtig für unsere Nachbearbeitung ist natürlich gewesen, dass die Bilder eine ähnliche Helligkeit haben. Das heißt, dass du entweder im manuellen Modus arbeitest oder aber in Lightroom die Helligkeit der Bilder so weit anpasst, dass sie zueinander passen. Denn ansonsten kannst du natürlich relativ schlecht durch Maskieren die einzelnen Ebenen miteinander verbinden in Photoshop, ohne dass es auffällt, dass das Helligkeitsunterschiede gibt. Insofern wäre mein Tipp, nutze den manuellen Modus, dann machst du es dir eine ganze Ecke einfacher. Mein Vorschlag jetzt, wir schalten mal auf meinen Rechner rüber und ich zeige dir mal, wie das Bild dann durch Retusche entstanden ist. Das werde ich dir nicht alles komplett zeigen, sondern so ein paar Ausschnitte daraus, wo ich das ein oder andere Werkzeug benutzt habe. Denn in der Tat wird das im Moment dauern, bis die gesamten Blumendrähte weg sind. Ich habe jetzt hier in Photoshop die drei Bilder geöffnet. Hier einmal die Ansicht, wo ich dahinter bin, dann das leere Bild und das, wo ich nur den Teller halte. Und jetzt möchte ich als erstes mal die linke Seite des Bildes bearbeiten. Das heißt, ich nehme mir hier das Bild und kopiere es. Setze es als separate Ebene über das andere Foto. So, jetzt ist hier schon ein Pinsel ausgewählt. Ich lege eine Maske auf der Ebene an. Jetzt vergrößere ich mir den Pinsel ein bisschen, weil der ist mir tatsächlich so ein bisschen zu weich. Und der kann auch ruhig ein bisschen härter sein. So, und jetzt nehme ich hier, ah, guck mal hier, hier haben wir ein ganz kleines Problem mit der Überdeckung. Seht ihr das hier hinten im Hintergrund? So, das ist aber nicht so schlimm. Pass mal auf, wir machen die Größe noch ein bisschen größer. So, wir nehmen das hier mal so ganz weg. Da stimmt die Farbtemperatur nicht hundertprozentig. Aber unter uns, das ist nicht weiter schlimm, weil wir das hier mal einfach ein bisschen ran retuschieren. Und da können wir hinterher zur Not auch noch ein bisschen dran arbeiten. So, also. So, jetzt ist ja der grobe Kram hier auf der Seite schon mal erledigt. Wie gesagt, an dem Rest arbeiten wir nachher noch ein kleines bisschen. Damit haben wir im Prinzip die linke Seite retuschiert. Jetzt zeige ich dir mal, wie du da rangehst an den Stellen, wo der Draht durch Brötchen, Zwiebel oder was auch immer läuft. Dazu generiere ich mir hier eine neue Ebene und fasse die unteren Ebenen zusammen. Jetzt gucken wir uns das hier mal ganz kurz an. Da würde ich dir empfehlen, hier dieses Werkzeug zu nehmen. Das ist das Ausbessern-Werkzeug. Damit kannst du das relativ gut machen. Und jetzt zoomen wir hier mal auf das Brötchen erstmal rein. Wo ist das Brötchen? Hier oben. So. Und beim Ausbessern-Werkzeug ist es so, du kannst hier im Prinzip solche Stellen auswählen. Komm mal hier. So. Und da wäre meine Empfehlung, nimm nicht zu große. Das ist vielleicht tatsächlich schon fast ein bisschen viel. Und dann schiebst du das so rüber. Und dann siehst du, dann versucht Photoshop das anzugleichen. Das ist jetzt ein bisschen Sisyphus-Arbeit. Also wie gesagt, je kleiner du die Stellen nimmst, desto wahrscheinlicher, dass es einigermaßen funktioniert. Hier ist ja so ein roter Fleck entstanden. Den mache ich jetzt auch nochmal hier weg. So. Und so kannst du jetzt nach und nach hier diesen grünen Draht entfernen. Hier können wir vielleicht auch ein Ticken ein größeres Stück nehmen. Weil hier oben haben wir eine große Stelle, die dafür zu benutzen ist. Komm mal hier. Sehe ich, dass hier noch so ein kleines bisschen grün ist. Ich lasse mal ganz offen. Das dauert jetzt. So ein halbes Stündchen. Bis wir mit dem Ganzen durch sind. Und ähm. Ja. Und äh. Dann ist das aber erledigt. Und sieht auch sehr, sehr gut aus. Jetzt zeige ich mal an irgendwie, ja vielleicht auch an der Brötchenstelle hier mal so. Was macht ihr mit solchen Übergängen? Wo ihr solche kleinen Problemchen habt, ähm, wo so ein Übergang ist. Ich nehme mal hier einmal erstmal die Markierung raus. Also die Auswahl aufheben. Ähm. So. Ähm. An solchen Stellen würde ich im Zweifel versuchen mit einem magnetischen Lasso, das hier... Moment. Mit einem magnetischen Lasso, so. Hier auf dem Pad. Jetzt haben wir draufgekommen. Mir das hier so auszuwählen. So. Und dann nehme ich in der Regel das Stempelwerkzeug. Das ist der Stempel, der im Prinzip kopiert. Jetzt würde ich mir eine Stelle suchen, die so etwa die Helligkeit hat. Dann nehme ich die Farbe auf. So. Und stempeln wir noch nicht zu doller Deckkraft. Ich sehe hier gerade, dass das nicht ganz passt vom Ton her. Stempel da so ein bisschen rüber. Man darf immer nicht vergessen, wir sind jetzt auf... Lass mich mal ganz kurz gucken. Auf was sind wir überhaupt auf 200 Prozent, ne? So. So stempelt ihr die Dinge nach und nach weg. Wir können uns das hier auf der Gurke nochmal angucken, nur damit ihr seht, dass das eben nicht nur bei den Brötchen funktioniert, sondern auch bei der Gurke. Wo ist sie? Da. Mal ein bisschen reinzoomen. So. Auch bei der Gurke gilt, ihr nehmt euch hier das Ausbessernwerkzeug. Nehmt euch hier ein Stückchen Gurke, nämlich das hier. So. Und schiebt das Ausbessernwerkzeug hier runter. Da hin. So. Und dann ist es ausgebessert. Und das macht ihr halt nach und nach weiter und weiter. Und ja, wie gesagt, das kostet ein bisschen Zeit. Das kostet ein bisschen Mühe. Aber das lohnt sich, sich da ein bisschen Mühe zu geben. Denn je mehr ihr euch hier drum kümmert, desto cooler wird euer Endergebnis aussehen. Ich glaube, man sieht das hier ganz gut, ne? Und dann gibt es hier wieder solche Stellen, wo es einen Übergang gibt. Da würde ich jetzt hier an der Kante entlang erst mal das Stückchen hier wegnehmen. Mit dem Ausbessernwerkzeug. So. Dann würde ich die Demerkierung rausnehmen. Dann nehme ich mir hier wieder mein Stempelwerkzeug. Das nehme ich jetzt viel, viel kleiner. Ein schön kleines Stempeltool mit einem sehr schönen harten Rand. In einer schönen harten Kante. So. Dann setze ich mal einmal schnell das Stück Tomate auf. So. Und setze das hier rüber. Und ab da kann ich ja wieder mit dem Ausbessernwerkzeug weitermachen. Das heißt, ich kann hier jetzt wieder das Ausbessernwerkzeug nehmen und sagen, Achtung, dieses Stück soll verbessert werden damit und so weiter. So arbeitet ihr euch nach und nach vor, um die Drähte zu beseitigen. So. Jetzt wollen wir uns natürlich nochmal um diese Seite kümmern. Ihr seht, hier habe ich eine ganz andere Kopfhaltung als auf dem finalen Foto. Dazu kopiere ich mir diese Ebene einmal. Dupliziere mir hier die Hintergrundebene. So. Mach die obere Ebene da drüber. Und jetzt mache ich hier mal auf der oberen Ebene nämlich die Deckkraft ein bisschen zurück, sodass ich die da drunter sehen kann. Weil ich möchte da drunter mein Gesicht noch an eine passende Stelle schieben. Das tue ich, indem ich die Ebene anfasse. Und... Warte, wir sind auf der oberen. So. Hier mal diese hier verschieben. So. Und schiebe mir die hier so ein bisschen rüber, weil... Da sind meine Haare in dem Burger. Und auch mein Gesicht in der Gurke, das ist natürlich nicht ganz so gut geeignet. Da kriegen wir natürlich nachher Schwierigkeiten. So. Und sehe auch zu, dass meine Schulter so einigermaßen passt da oben mit dem Halsansatz weiter. Dass der Arm nicht passt, ist nicht ganz so schlimm. Das ist ja der Körperhaltung geschuldet. Darum kümmern wir uns gleich. Jetzt setze ich auf die obere Ebene wieder eine Maske. Nehme den Pinsel. Und jetzt sehe ich zu, dass ich das hier... Dann können wir mal ruhig mal eine deutlich größere nehmen nochmal. Hier einen deutlich größeren Pinsel. Sehe zu, dass ich das hier durchretuschiere. So. Und... Dann nehmen wir die Deckkraft hier wieder auf 100% nach oben. Und siehe da, jetzt ist hier mein Gesicht aus dem unteren Foto in dem oberen gelandet. Ihr seht, hier stimmen immer noch so ein paar Helligkeiten nicht. Das könnt ihr dann über die unterschiedlichen Ebenen natürlich, indem ihr dann eine Belichtungskorrektur drüber laufen lasst. Also die Belichtung etwas heller macht, noch ein bisschen anpassen. Oder aber ihr gebt euch bei der Retusche vorher noch ein bisschen mehr Mühe. Auf alle Fälle sind wir so auf einem guten Weg und ich glaube, ihr habt die Tools gesehen und auch verstanden, wie das Ganze funktioniert. Was ich dann noch getan habe, ist, ich habe hier die beiden Flaschen im Vordergrund etwas unschärfer gemacht. Die waren mir nämlich einfach tatsächlich zu scharf, weil die nicht außerhalb der Schärfenebene gelandet sind. Die stehen nämlich ziemlich auf der Burger-Ebene. Aufgestanden, der Tisch war da vorne nicht mehr länger. Und das habe ich getan, indem ich sie markiert habe. Ich mache das hier mal mit einer groben Auswahl an diesem Glas hier vorne. Ich habe also hier mit dem magnetischen Lasso einmal das gesamte Glas, über das gesamte Glas eine Auswahl erstellt. So, auch da ruhig noch einen kleinen Ticken sorgfältiger vorgehen als ich jetzt. Und ich versuche, das hier jetzt trotzdem so sorgfältig wie möglich, mal einmal schnell zu machen. So. Hier unten werdet ihr gleich merken, da funktioniert das immer nicht so ideal. Dann nehme ich mir dann einfach noch mal eine zweite Auswahl, und zwar hier die rechteckige. Und halte Shift gedrückt und wähle diese Kanten separat nochmal aus. So, und addiere das zu der Auswahl. Und das würde theoretisch auch hier am Glasrand nochmal gehen, da wo diese beiden Auswahlstellen auch nicht so ideal sind. So, jetzt ist das Ganze ausgewählt. Jetzt wechselt ihr hier quasi auf das Bild. Wählt hier einen Filter an. Wir brauchen einen Weichzeichnungsfilter. Wahrscheinlich, weil der Hintergrund eh schon so ein bisschen unscharf ist, geht der gaussische Weichzeichnungsfilter. Und siehe da, es steht hier so auf 3,8. Ich glaube, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt zoomen wir ein bisschen raus auf die 100%-Ansicht. Und siehe da, es wirkt gleich nicht mehr ganz so scharf. Und das macht ihr dann mit dem zweiten Glas hier auch nochmal. Und so bin ich zu dem finalen Vortrag gekommen. Jetzt sind wir zurück hier unten an meinem Aufnahmeplatz. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Inspiration bekommen. Du kannst ja auch ganz andere Dinge fliegen lassen. Ehrlicherweise ist ja auch nicht meine Idee. Das kann man ganz offen sagen. Ich habe vor Jahren mal so ein Video, wo das sehr, sehr ähnlich gemacht wurde, im englischsprachigen Raum auf YouTube gesehen. Ich finde das nur nicht mehr. Aber ja, ich bin nicht der Erfinder von diesem Zeug, sondern ich habe einfach dir jetzt auf Deutsch mal einmal so ein bisschen Inspiration liefern wollen, damit auch du Dinge so fotografieren kannst. Wenn dir das Ganze Spaß macht, wenn du Spaß daran hast, dann mach es doch super gerne nach. Poste deine Ergebnisse per Link hier unten in den Videokommentaren. Und wenn du Bock hast, das vielleicht mal gemeinsam mit mir zu machen, also zu lernen und wir machen mal so einen ganzen Tag und lassen Dinge schweben und retuschieren sie dann anschließend gemeinsam hier in Hamburg im Schulungszentrum, dann kannst du auch da super gerne Bescheid geben. Schreib einfach einen Kommentar oder eine kurze Mail an info at ff-fotoschule.de. Dann nehmen wir dich da in den Verteiler auf. Und ich gucke mal, wenn genügend Interesse da ist, mache ich das gern mal gemeinsam mit dir und Interessierten. Und wir beschäftigen uns einen Tag nur mit dem ganzen Thema. Jetzt wünsche ich dir einen ganz tollen Mittwochabend, eine gute Restwoche, gute Zeit. Dann nehmen wir schön an Denken. Wir zwei, wir sehen uns wieder.